Heutzutage Ich habe etwas ganz Spezielles für euch dabei. Ich wurde nämlich darauf angesprochen, hast du nicht Muckis zu zaubern? Ich bin ja nicht der, der riesen Muckis hat. Ich ging googeln und habe eine Maschine gefunden. Ich wollte es euch zeigen. Da ist sie. Muskel-Macher-Maschine. Die funktioniert, die macht Muskel. Präsentiere ich euch. Zuerst entsprechend ausrüsten. Die Anleitung habe ich noch nicht so richtig gelesen, spielt aber auch keine Rolle. Das meiste kann ich einfach. Ich nehme hier noch ein Schweissband. Sieht doch super aus, oder? Jetzt. Seht's was man machen muss. Der linke Arm kommt durch die Maschine durch. Der kommt zu. Bis die Hände der Bohren rauskommen. Das ist alles. Jetzt muss ich noch ein Knopf drücken. Das hier. 10 Sekunden warten. Dann spürst du es in den Arm. 10 Sekunden. 5. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Und jetzt ist es passiert. Muckis sind gewachsen. Wenn ich den Arm wieder rausnehme. Schaut das an. Das ist sensationell der Unterschied. Unglaublich, oder? Schaut mal den Unterschied. Die Muckis, die hier gewachsen sind. Das ist doch sensationell im Maschine, oder? Okay. Ich gebe zu, weil ich ein kleiner Fuhler sehe. Aber gebt mir doch eine zweite Chance. Eine zweite Chance. Die habe ich verdient. Also. Noch einmal. Arm in die Maschine. So. Jetzt hier einfach. Allo. Aber jetzt. Oh oh. Irgendwie. Oh. Oh. Muskel eliminierer. Ich glaube, da ist etwas schief gelaufen. Ich muss mal drinschauen. Ja, nein. Das gibt es ja. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Bis auf etwas ganz kleines. Das ist alles. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Und es ist nichts mehr übrig geblieben. Und es ist ja geschwind gesagt. Das glaubt ihr sonst nicht. Unglaublich, oder? Was machen wir jetzt da? Wir müssen es rückwärts machen. Rückwärts, rückwärts. Ähm. Hier mal zu. So. Dann. Schlese die Bank da rein. Anscheinend zu. Muskel fixieren. Mal rückgängig machen. 10 Sekunden. Ich spüre wieder ein geiles etwas. 7 8 9 10 So. Jetzt hoffe ich es hat funktioniert. Ähm. Wow. Da ist alles wieder dran. Super marschieren, oder? gut. Dann.